So bitteschön, mein Lieber Kumpanantur, ich bin Tim Spon99, im Moment ein bisschen wie einer Dorf. Gehen Sie zu hin und kommen bitte, das Beisegung über Jitsi-Leute, das bleiben wir heute. Da vorne, von unten, da ist die Original für die Leute geworden. Weil es ist von die Parme, die Blatt von die Parme gemacht. So, bitteschön, die Späte zu sehen. So, bitteschön. So, bitteschön. So, bitteschön. So, bitteschön. So, bitteschön. So, bitteschön.